Vor was denn bitte? Der Zwerg fächert mit seinem Geschirrtuch... Was? Der Zwerg fächert sich mit einem Geschirrtuch Luft zu. Luft zu. Sein Gesicht ist dunkel und glänzt vor Anstrengung. Schweiß zeichnet sich in großen Kreisen auf seinem Shirt ab. Er sieht sich an wie ein Fisch auf dem Trockenen. Wochen bin ich hier gestrand gewesen. Die Valianische Handelsgesellschaft schickt niemanden außer... Er steht in deine Richtung und tumpft seine Stirn wie im Fieber mit einer Ecke des Tuchs ab. Er schluckt und wirft Paläkina einen hoffnungsvollen Blick zu. Die Veros, die Angelegenheit der Gesellschaft sind die Angelegenheiten des Herzogs, wodurch sie zu meinen Angelegenheiten wären. Deine Haut zu retten war jedoch nicht Teil meiner Befehle. Es ist der Wille der Götter und Einwohner zugleich, dass ich gestrandet bleibe. Er schirmt seine Augen niedergeschlagen mit einer Hand aber und blickt auf das offene Meer hinaus. Gestrandet, dies ist eine besiedelte Insel. Steckst auf einer Insel mit viel Sonne fest, klingt schrecklich. Sie haben mich angewommen, um eine Expedition zu finden. Ich nehme mal an, dass du gemeint bist. Lügen, es tut mir wirklich nicht... Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Keiner hat mich geschickt, ich bin allein gekommen. Gestrandet, dies ist eine besiedelte Insel. Auf welcher... auf Grundlage welches Standort nennst du das besiedelt? Sei nicht so dekadent. Mit einem nervösen Schlucken blickt er über seine Schulter auf ein verstafenes, baufälliges Dorf. Sein Blick springt von grasgedeckter Hütte zu Hütte, als ob er erwartet, dass sich etwas unsagbar Schreckliches ereignet. Was hast du gesagt? Sein Blick folgen und nachsehen, wie was er sich ansieht. Sag nichts, sein Blick folgen. Er fixiert nichts Bestimmtes, seine Augen weiten sich jedoch vor Unbehagen, wann immer sich einer der Mauner der Insel lehrt. Er zuckt zusammen und räuspert sich. Ich verweile dich hier nur, weil meine Schiffskameraden nach Pococohara gegangen sind, um nach Leuchtendem Adra zu suchen. Er wischt sich ein Sekt vom Ärmel. Ich mache mir Sorgen, dass... ...Ruano, der hiesige Häuptling, Kapitän Besser und meinen Schiffskameraden eine falsche Spur verraten hat. Er macht ihm das Tuch in seinen Händen, einen Knurren und zieht es dann straff. Warum sollte er sowas tun? Warum sollte ich darum, ihn von Haifischenwimmenden Gewässern nach Gründen fischen? Er wedelt mit seinem Tuch wie mit einem Taschentuch. Ruano war der Letzte, der mit der Kapitänin gesprochen hat, bevor sie Segel gesetzt hat. Er hockt in der Hütte und ist sie vor diesem erbärmlichen Markt. Er liegt in Richtung des ausgeweiteten Rumpfs eines Schiffs. Ich hätte mich hier angeschlossen, aber mein Magen ist... Mein Magen. Irgendetwas ist mir nicht gut bekommen. Jetzt ist es schon Wochen her, dass sie zurück hätten sein sollen. Ich bin nur der Kombüsenkoch, keine Suchmannschaft. Er hält sich den Bauch und zuckt zusammen. Ich halte die Augen offen. Vielleicht haben sie etwas Interessantes gefunden. Ich nehme mal an, die Gesellschaft zahlt eine Prämie auf eine Nachricht von der Expedition. Poste auf die Hoffnung, dass seine Kuh es zurückschafft. Nehmen wir die ein. Aggressiva, das klingt in meinen Ohren nach Hoffnung. Er sollst und verbeugt sich steif. Zahlung ist bei der Gesellschaft vorausgesetzt. Sie sind schnell damit, das zu kaufen, was sie nicht haben. Er nickt, ein ernstes Anzeichen von Erleichterung, zeigt sich in seinen geröteten Augen. Warum bist du so nervös? Als wir auf die Rakavara angelegt haben, hat uns der Häuptling wie die Fürsten empfangen. Wir haben gefeiert, getanzt, getrunken und nur geschlafen, damit wir noch mehr feiern, tanzen und trinken konnten. Ein Hauch von einem Lächeln hörst du über sein Gesicht. Gut zu wissen, dass deine Prioritäten während deiner Zeit bei der Gesellschaft bei der Gesellschaftszeit immer richtig festgehalten hast. Gut zu wissen, dass du deine Prioritäten während deiner Zeit bei der Gesellschaftszeit immer richtig festgehalten hattest. Ihr dunkelnden Augenlider schließt sich über ihre rollenden Augen und funkelt den schweißgebadeten Zwerg wütend an. Sage es dem Käpt'n, das war alles ihre Idee. Er geht einen Schritt zurück, seine Hände sind erhoben. Ab wann ist es schiefgelaufen? Du warst ziemlich beschäftigt dafür, dass du behauptest, krank zu sein. Zurück zu meinen anderen Fragen. Ab wann ist es schiefgelaufen? Mit dem Priester Anaharu. Er sagte, wir wären gekommen, um zu Raum und zu plündern. Er und Nairi haben die Dorfbewohner gegen uns aufgebracht. Er wischt sich einen frischen Schwallschweiß von seiner Schläfe. Danach haben wir auf dem Boot geschlafen und abwechselnd Wache gehalten, um den Strand zu beobachten. Nur ich nicht. Ich musste natürlich wohnen und ich mich erholen. Er hustet. Aber zu einer frühen Stunde hat er uns in der Wache gesehen, wie Ruano und Anaharu zusammen verschwunden sind. Woher sind sie gegangen? Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe nur gehört, dass sie das Dorf verlassen haben. Und am Nachmittag ist nur Ruano zurückgekommen. Jetzt will keiner auch nur über Anaharu reden. Verdächtig, oder? Schweißgräts auf seiner Stirn. Der Käpt'n wollte unbedingt ablegen, bevor sich die Winde wieder drehen würden. Du hast Nairi erwähnt. Die Priesterin, sie stellt sich vor, sie befände mich zwischen den Kiefern ihrer Fischgottheit. Das weiß ich. Er wedelt sich immer schneller luft. Sie lautet im Schrein neben dieser schrecklichen Statue. Ich kann ihren hinterhertigen Blick nicht ausstehen, aber wenn sie dich nicht erschreckt, dann sprichst du vielleicht mit dir. Ich benötige Vorrede. Der Käpt'n hat nur das Notwendigste bei mir gelassen. Ich habe mich durch Handel mit dem Dorf gewonnen und erlebt. Ecosi, aber ich habe fast kein Ehen mehr. Er lächelt dich schwach an und zeigt seine Waren. Ja, Wasser und Schiffsweg. Oh, eine Picke habe ich wahrscheinlich nicht. Die sollte ich mir mal kaufen. Komm, gib mir mal all deine Dietriche. Die Träger nehme ich nämlich immer gern mit. Kapperblatt. Das Kapperblatt nehme ich auch mal mit. Und den Schleim-Aal ebenso. Armschiene des Schwertkämpfers. Hm. Umhang des Sturmwänders. Plus Null Rüstungswert gegen Wasserangriffe, der sich erhöht, wenn der Träger Gesundheit verliert. Okay. Verleiht Rüstungswert gegen Frostangriffe, der sich erhöht, wenn der Träger Gesundheit verliert. Äh, nicht so besonders. Panzer hat Schuhe der Zuverlässigkeit. Zauberbuch der Störung oder alles andere ist nichts wert. Okay. Schiffsvorräte kann ich hier nicht aufhören. Ich muss die Vorräte im Handelsposten verwahren. Du kommst sicher und ziehst nach mir, ja. Ja, machen wir bestimmt. Aber erstmal zurück aufs Schiff. Wir müssen uns nämlich mal neu organisieren. Habe ich nämlich ganz vergessen. Und bei der Gelegenheit denke ich auch, dass es eine gute Idee ist, mal wieder Tekeo ins Team zu nehmen. Statt Seraphin, da wir es ja hier mit Huana zu tun haben. Also werden Seraphin und Alof mal rausgeschmissen. Dafür kommen Maya und Tekeo rein. Xoti bin ich mir nicht sicher, ob ich sie mit reinnehmen sollte. Ich weiß gerade, ob ich Edda mal raustun sollte. Wobei ich Edda immer gern dabei habe. Ja, aber nach dieser, äh, Sache hier mit Poco KH. Mal kurz wegsiedeln. Ticavara hat nur Ticavara, also betreten wir Ticavara auch so wieder. Dann werde ich jetzt kurz die Level-Ups für Maya und Tekeo machen und dann speichern. Bevor wir uns in Ticavara weiter umsehen werden. Oder auch auf der Insel. Ticavara, also Palygina fragt, Ticavara ist ein Haar, kannst du es kürzen? Ich meine, sie kürzen. Ticavara sagt, Ticavara, ich habe es nur einmal versucht. Wochenlang haben sie mir nicht mehr vertraut. Sehr schön. Bodo, wenigstens haben meine Väter nicht ihren eigenen Willen. Mhm. Also. Du kriegst gerne Tiefblick und mehr Arcana. Schützen ihre Augen resistent gegen Intellektwirkung, resistent gegen Wahrnehmung. Das wäre eine interessante Wahl. Sänger fühlt sich mit magischer Energie und hält der Inspiration munter. Vernichtet Feinde mit einem mächtigen Stoßkater Luft, der die Begegnung und Bewegung verlangsamt. Ich finde es wirklich schade, dass es keine Beschwörungen mehr gibt. Jedenfalls sehe ich keine. Solange sie bezaubert sind, vorsagen Gegner mehr Schaden. Oh, das könnte ich nehmen, ja. Magische Utensilien, ruhig mal den Zauberstab noch freischalten. So, Maya dauert jetzt etwas länger. Sie kriegt das Bad Letik hier. Oh, sie hat auch recht hohes Überleben. Da kriegt sie noch mehr Überleben. Ne, defizientliche Heilung. Nein, du kriegst erstmal mehr Lebenspunkte. Und belebst dein Pet auch besser. So, mehr Athletik, noch mehr Überleben. Da ist sie jetzt schon mal sehr gut dabei. Du kriegst auch gern die Dornen. Du solltest eigentlich auch besser heilen können. Status verwundet oder besser erhaltet der weiterhütige Schiff einen Genauigkeitsbonus. Hm. Effekt widerstehen, erhöht den durch kritischen Treffer verursachten Schaden. Ne, verbessern wir mal die Heilung. Das können wir nicht. Habe ich mich gerade verklickt? So, wollte ich das doch. So, noch einmal Athletik. Und jetzt könnten wir hier mal mehr Diplomatie machen. Wir haben einen Punkt. Ah, nehm mal Totspielen. Ruhig noch Armbrüste. Und damit wären wir auch mit Maya fertig. Hm. Ringe haben wir zur Zeit keine übrig, gell? Doch, der da, den kann er haben. Was war mit den Stiefeln? Die war nicht so toll. Du kriegst den Umhang noch. So, waffenmäßig hast du ja den Fokus des Wasserformers. Du hast eine gute Akkipose. Ja. Meine bessere Akkipose habe ich leider zur Zeit wirklich nicht. Gut, dann speichern wir hier jetzt erstmal. Spielstand speichern. Das wäre ja dann LP 033. Und dann sehen wir uns gleich wieder. was ist dann, was ich jetzt. Also, vorhin-